Hallo, mein Name ist Sarah. Ich bin auf YouTube Woodgreen106 und ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Ihr findet hier die typischen Beauty-Tuber-Sachen, also aufgebrauchte Videos. Das wirkliche Auszeitbad von Kneipp. Dieser, also, geht's auch mal zustehen. Ich liebe dieses Zeug. Haar-Tutorials ohne Ende. Und ich dachte, ich lasse euch einfach mal daran teilhaben. Es ist wie immer das absolute Oberchaos. Aber ich habe die Frisur, wie gesagt, zum allerersten Mal gemacht. Und bevor die Friseure morgen kommen und mir meinen Ansatz wegzaubert, habe ich gedacht, zeige ich euch nochmal eben. Was man mit so kurzen Haaren eigentlich auch ganz gut machen kann. Nageldesigns ab und zu auch mal. Und außerdem findet ihr Bastel-Tutorials, zwar nicht so viel, aber immer wieder mal eine kleine Do-it-yourself-Idee oder ja, wie mach ich was. Und so weiter bin ich eben auf die Idee gekommen, es jetzt auch mal auszuprobieren. Und das ist super einfach eigentlich. Ihr braucht einen Ringrohling. Das sieht dann halt so aus. Und ihr braucht einen Cabochon, heißen die Dinger. Ich weiß nicht, ob es dafür ein deutsches Wort gibt. Ich habe keine Ahnung. Das ist so ein... Das ist jetzt aus Plastik. Das gibt es auch aus Glas. Cabochon. Von hinten auf die flache Seite. Nur euren Lieblingslack zu malen. Ansonsten findet ihr auch ganz viele Reviews zu Sachen, die mir entweder zur Verfügung gestellt worden sind oder die ich mir natürlich auch selber kaufe. Ne? Logisch. Ja. Und vielleicht habt ihr ja genauso viel Spaß dran und ich freue mich über euch. Ich gehe mit meinen Zuschauern immer super gerne in Kontakt. Und wenn ihr Lust habt, mir Wünsche und Vorschläge und so weiter zuzusenden, dann freue ich mich da immer sehr drüber und gebe mir auch die größte Mühe, das dann umzusetzen, sodass ihr eure Wünsche hier auf meinem Kanal auch wieder findet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bin ich auch immer sehr gerne bereit, euch da Austausch zu betreiben. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch hier niederlasst mit mir. Und ja, viel Spaß. Aber Vorsicht, hier wird auch schon mal geflucht. Und es werden auch sehr viele Wortneuschöpfungen auf euch zukommen und sinnloses Gebrabbel. Ähm, ja. Das, äh, werdet euch hier ebenfalls erwarten. Manchmal bin ich einfach, ja, nicht Herr meiner Sinne, wie gesagt. So. Äh, ja. Wenn ihr darauf Bock habt, dann freue ich mich da natürlich drüber und ich hoffe, wir sehen uns dann weiterhin hier auf meinem Kanal. Möp. Möp.